und zwar habe ich das hier gefunden ja ich weiß nicht ob es stimmte irgendwie aber das ist eine website der blockt wohl alle daten von warcraft logs von den rates und so weiter und dann sagt er welcher server am meisten leute hat der war letzte woche noch sehr inakkurat weil da nur alles drin waren und wenig hordler also total wird ich bin mir nicht sicher ich packe immer auf europa ob das so stimmt laut dem nämlich sind immer noch voll zu server was irgendwie sinn machen würde weil er gelockt ist aber ich fände es weird weil es hören doch relativ viele spiele auf oder auf dem block server not sure ob das hier noch so stimmt ich glaube der ist mittlerweile ich habe es mittlerweile ist living flame unter wild grove so hier denn ich habe auf diesen beiden servern habe ich accounts wo ich das spiele da habe ich nur level 1 spiel nur aha und auf diesen beiden servern verkauft sich alles wie es geht weg wie warme semmeln auf living flame verkauft sich gar nichts deswegen denke ich living flame ist wahrscheinlich unter wild grove von der statistik her lone wolf und wild grove sind circa gleich groß obwohl die welt weniger horne alone was ist denke ich mal der top one weil hier wird diese population auch irgendwie keinen sinn machen mit den 6000 unterschied oder und natürlich lavalash der letzte chaos world auch komplett bett der server sei der strike und der wild grove also diese reihenfolge denke ich ist so aber wie gesagt ich finde es weird mit living flame weil es fühlt sich nicht an als ob der voller ist als lone wolf lone wolf fühlt sich extrem voller ich wird vielleicht diese beiden zeilen tauschen mittlerweile weil die problematik ist ja du kannst ja nicht mehr auf living flame rauf gehen du kannst nicht auf living flame rauf gehen und wenn der mal unlockt ist dann gehen ja keine richtigen spieler auf sondern nur bots weil die ja diese q snipen richtig ähm diese player sind nicht die die darauf spielen das sind die 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 warcroft glocks loggen also in den letzten 30 tagen die warcroft glocks da aufgetaucht sind das heißt wenn du jetzt raiden gehst und in deinem raid ist niemand der diesen log hochlädt von eurem raid dann tauchst du gar nicht mit drauf also jeder server hat auf jeden fall noch mehr spieler als die die hier stehen wie viel mehr also die ganzen bot accounts gibt es ja nicht mit drin die ganzen bots die ganzen bank charts nichts mit dabei genau es sind wie gesagt aktive spiel letzten 30 tage aber wie gesagt wird auf jeden fall interessant werden das ist hier hardcore realms naja wird hat gar nichts gelockt hier sind auch viel mehr leute als die na definitiv wie viel mehr bei niemandem locks aber in der regel ist es halt so dass man ungefähr im trend sehen kann wo welche leute sind weil auch wenn du in den random race reingehst und du selber hast keine locks aber der im random raid lady locks hoch bist du mit drin in der statistik und hallo terra und hallo raja und es gibt wohl eine api von blizzard die chars tracken kann für solche websites aber ich glaube es hat noch keiner gemacht naja auf jeden fall ist das so die statistik ich denke wie gesagt irgendwie glaube ich da nicht dran dass die so aufgeteilt ist also ich denke living flame ist kleiner als lone wolf mittlerweile aber wir können auch mal die seite schauen iron forge pro gibt es auch noch kleinen moment wir gucken mal rüber population gibt es da sod mittlerweile gibt es mittlerweile sehr gut weil dadurch nämlich rauf geschaut und da hatten sie keine sod mit dabei mittlerweile haben sie es wir wollen auf europa gehen okay da ist es aber ähnlich aus also wieder 50 50 hier sind sogar mal paar mehr character drauf wieder 50 50 auf den meisten realms überall ist mehr allianz habe ich euch gesagt allianz wird eigentlich überall dominant sein weil es die bessere fraktionen blübs beliebter bei den leuten aber ich glaube trotzdem nicht dass dazu stimmt wild growth hätte ich gedacht dass sogar mehr allianz da ist wie gesagt lavalash und chaos balls den kompletten der realms interessant aber wie gesagt ich glaube dieser zahl nicht bei living flame da ist nämlich ich merke selber ich merke dass wie viele sachen ich immer verkaufen ich verkaufe auf allen drei servern ungefähr die gleichen sachen und lohnen wollen wild growth geht das so hart gut weg und auf living flame passiert ja gar nichts ich bin mir schon wird aber auch nicht